ein hallo in die formel 1 welt wir sind wieder zurück mit einem Q&A mit euren fragen diesmal mit unterstützung von unseren freunden von casio die dieses video unterstützen und am meisten unterstützt uns natürlich ihr flo du bist auch wieder mit dabei und schon ganz heiß auf die fragen von unseren zuschauern zum beispiel eine frage die wir von euch natürlich eingesendet bekommen haben wollen wie von dennis fischer könnt ihr mal euren boden messen natürlich können wir das macht das doch bitte dieses gerät ist jetzt in unser inventar übergegangen ich habe das von zuhause mitgebracht als die heizung kaputt war aber wir finden das alles so geil dass wir ständig damit rumspielen und der boden hat 22,5 grad angenehm warm jetzt wo die heizung wieder funktioniert wir haben auch eine kollegin im büro die stellte immer 5 deswegen wird es garantiert nicht mehr kalt das kommt auch ins studio durch die wände glaube ich hier rein so warm wie es da draußen im büro ist da haben wir gar keine probleme mit so sieht es aus gut aber wollen wir uns richtigen fragen widmen nicht nur schön spaßig hier die utensilien messen ihr sendet uns die fragen natürlich bitte weiterhin mit dem hashtag ask msm in den kommentaren hier unter dem video und dann beantworten wir sie vielleicht wie die folgende frage von dominik 97 und viele viele nuller dahinter ich rechne jetzt nicht darauf wie viele millionen das ganze ist keine punkte das ist ein kontostand und dann alles gute dominik bester user absolut ask msm hat er geschrieben was ist an dem gerücht hamilton könnte 2021 wirklich zu ferrari wechseln für euch dran ist wird medial ja sehr hoch gepusht wie seht ihr die dinge mit freundlichen grüßen euer treuer motorsportmagazin zuschauer und leser reicher treuer okay also ich glaube da ist nicht viel dran toto macht das auch gerne der pusht immer gern so sachen weil toto ist auch einer steht auch auf schlagzeilen so der ist auch guter geschäftsmann er weiß es tut auch gut wenn man die konkurrenz mal ein bisschen hoch lobt und ein bisschen tief stapelt ja ja der macht das halt gerne und natürlich hamilton macht das genau damit macht das auch gerne und deswegen wird sich jetzt keiner hinstellen und sagen ferrari meint also wird hamilton nicht sagen und wird auch toto nicht sagen dass es nicht passieren kann denn vertraglich wissen wir das klar ende 2020 laufen die meisten verträge in der top fahrer aus hamilton 10 ist genauso ist theoretisch also frei für ferrari aber wenn wir uns jetzt mal die geschichte anschauen die letzten letzten jahre hamilton was der sich mit mercedes aufgebaut hat er hat es selber ja auch vor wenigen wochen erst noch gesagt dass er davon träumt oder sich das vorstellt mit mercedes alt zu werden auch im alter über seine fahrer hinaus mit der marke verbunden zu sein warum soll er dann zu ferrari gehen so das ist schon mal ein punkt der hamilton mercedes punkt genau das ist durchaus das was wirklich am interessantesten bei der sache ist dass vor vor dem titel gewinnen und nach dem titel gewinnen luis natürlich ständig danach gefragt wurde und er jedes mal eigentlich nie irgendwas anderes in betracht gezogen hat man darf es natürlich nie hundertprozentig ausschließen das heißt variante die option besteht natürlich wenn er die chance bekommt ich meine man lebt nur einmal hat auf einmal eine formel 1 karriere und wenn er den zug dann abfahren lässt und sagt wenn er ist dann jetzt 35 wird er jetzt im januar und wenn er ist dann nochmal bei mercedes verlängert dann kann man relativ sicher sagen dass er seine karriere auch da beendet so und wenn ihm das vielleicht so irgendwie bewusst wird und er dann zu einem entschluss kommt okay ich kann jetzt nur noch einmal für ferrari fahren oder überhaupt jemand anderen überhaupt jemand anderen fahren dass er dann vielleicht sagt ich machst also dass er vielleicht irgendwie sagt dass wie soll ich sagen dem den haken will ich noch setzen so für ferrari von 1 gefahren zu sein dann halt noch mal eine neue challenge zum schluss so kann sein halte ich aber für unwahrscheinlich es ist ganz klar ferrari auch die einzige möglichkeit weil wir müssen jetzt von dem team sprechen das chancen hat um rennen siege und titel mitzufahren und da ist sonst nicht so viel zu bieten red bull mit ihnen nicht nehmen weil die haben ihre eigenen fahrer und bezahlen können sie noch nicht wollen sie können es vielleicht aber sie wollen sie haben es ihr nicht ihr konzept da passt es nicht rein jemanden zu holen haben sie schon oft genug gesagt ja dann doch diese mclan variante das glaube ich nicht sie sind noch nicht so weit und das einzige wäre ferrari wobei niemand weiß welches team 2021 vorne sein wird das ist total offen luis hat uns schon mal geschockt als er nämlich zu mercedes gegangen ist von mclan da hat auch jeder gedacht was macht er da das heißt so gesehen ist es legitim zu sagen vielleicht macht er das noch mal aber ich glaube auch dass selbst wenn jetzt noch so ein bisschen die verlockung da ist natürlich hört man sich alles an natürlich denkt man über alles nach aber am ende müsste es jetzt in den ersten rennen glaube ich 2020 ziemlich schief laufen dass er sagt das team das ich kenne die alles für mich machen die mich mich sein lassen was für louis glaube ich das wichtigste ist und ich glaube nicht dass er das bei ferrari sein könnte schwierig ich denke er würde es also er würde sicherlich durchsetzen weil es nur so funktionieren kann aber ich also ich kann mir nicht vorstellen dass es macht es müsste sportlich katastrophal schlecht laufen wobei ich mir selbst dann vorstellen könnte dass er sagt 2021 ist weißes blatt papier dann machen wir es noch mal weil er glaubt so fest an mercedes wenn jetzt nach sechs titeln in folge einmal irgendwie versagen dass das auto nicht so passt wird der nicht sagen leute ihr könnt es nicht mehr ich gehe jetzt also der ist auch loyal in der hamilton das muss man sagen also dass das merken ihm auch an dass der also dass er redet viel aber es sind nicht alles leere warthülsen so also es ist auch substanz dahinter wenn er zum beispiel sagt dass er auch diese 20 21er challenge mit mercedes gerne annehmen will noch mal allen zeigen will dass sie die besten sind das team das beste ist und dass er der beste ist und ja und er sagt er sagt das auch in den worten dass er das gefühl hat dass er dem team das auch schuldet weiter zu machen ja solange er halt noch will natürlich wenn er jetzt irgendwie die idee bekommt dann möchte ich mal formel 1 fahren dann ist das was anderes aber wenn er sagt solange er weiter von 1 wird möchte er wie soll ich sagen fühlt er sich mercedes verpflichtet so mit ihm weiter weiter zu machen glaube ich nicht dass dazu irgendwo anders hingehen wird und auch nicht zu verraten dann vor allen dingen würde ferrari ihn überhaupt wollen wenn sie auch die nächste frage sich damit irgendwo noch mehr ergangs team holen würden sie haben jetzt schon mit vettel und leclerc zwei alpha menschen die stress manchmal miteinander haben leclerc ist die rote zukunft so er ist der junge fahrer sie werden nicht mit vettel hamilton fahren das heißt mit hamilton und leclerc haben wir wieder das problem einen etablierten fahrer und den jungen der es zeigen will das hat wieder konfliktpotenzial wird nicht passieren also ich binoto hat jetzt ja schon gelernt der weiß jetzt schon was passiert und er wird jetzt nicht dann in den wie soll ich sagen diesen supergau ins team dann holen noch bewusst absichtlich ja ja dass ich glaube man kann jeder wie jede seite wird damit spielen jeder wird mit dem gedanken spielen wenn sie nicht darüber nachdenken dann machen sie ihren job falsch ferrari wenn so ein fahrer auch nur ansatzweise 0,2 prozent verfügbar wäre müssen sie darüber nachdenken wollen wir das oder zumindest abklopfen was wären eigentlich die voraussetzung was würde er wollen das heißt soweit alles völlig legitim mercedes muss seinerzeit überlegen was ist wenn er gehen würde toto hat jetzt in in abu dhabi in der letzten presserunde die ausschließlich fast übers rennen wurde gar nicht gesprochen ausschließlich über louis und die zukunft und mercedes zukunft und louis zukunft und vertragsverhandlungen ging hat er auch gesagt 25 prozent schätzt er die chancen ein dass er weg geht 75 sozusagen dass er bleibt dass so viel darüber gesprochen wurde ist in der formel 1 recht ungewöhnlich so offen darüber zu reden das waren die gerüchte die hat von der kz in italien in die welt gesetzt wurden dass er auch schon gesprochen haben soll mit dem ferrari seo also in der formel 1 gibt es dann halt auch diese aussagen gerüchte kommentieren wenig und damit fertig wenn dann aber darüber gesprochen wird dann ist man sich der sache vielleicht schon etwas sicherer wenn das wird sich auch glaube ich relativ zügig erledigen weil die vertragsverhandlungen die werden jetzt im winter schon anlaufen und das wird dann irgendwann wenn hamilton jetzt nicht nur irgendwelche bedenkzeiten brauche oder also von mercedes seite ist glaube ich relativ klar dass man weitermachen will ja also wird es glaube ich nur um louis gehen und je nachdem wie schnell der sich entscheidet wie soll ich sagen also die werden schon jetzt sich auf den weg machen die nächsten monate das irgendwo einzustieren weil wenn es dann in die saison geht dann wird es auch nicht diese vertragsverhandlungen noch an der backe haben bis hinten raus also von daher denke ich mal wird sich das relativ schnell dann sogar 2020 dann erledigen genau wir hatten es jetzt zuletzt bei der letzten vertragsverlängerung in hockenheim zur saison mitte das heißt diese heiße phase die ja oft da ist diese silly season die nach der sommerpause beginnt glaube so lange wenn wir nicht warten müssen das wird bei den top fahrern ist das eigentlich wird dann relativ schnell geregelt sein was jetzt vielleicht der ein oder andere denken wird oder schon kommentiert hat unter dem video gefragt hat ja aber was ist denn steigt mercedes denn vielleicht aus ende 2020 auch da ist es genau die gleiche aussage wie bei louis möglich ist natürlich alles aber gleichzeitig glaube ich jetzt nicht dass so viel dafür spricht oder dass das ein anzeichen dafür ist sagen wir so rum dass einer mit dem anderen nichts zu tun genau denn wie gesagt es wäre fahrlässig sich nicht umzuhören oder irgendwas anzuschauen was gebe es denn drüber nachzudenken und hinterher dann zu sagen okay habe ich mir jetzt mal einen tag drüber gedanken gemacht mir alles angehört ja aber das lassen wir lieber ja also wie gesagt viel spannender ist glaube ich die frage ob max du mercedes geht und solche geschichten dass so lange louis da ist wahrscheinlich auch ja das glaube ich auch nicht weil toto ja auch dann loyal ist er möchte muss ja auch kein einzelnen ist glaube ich mehr legen da hat man gesehen mit den bottas vertragsverlängerung dass man da lieber den hausfrieden hat ja es sind trotzdem noch viele spannende fragen auch wenn wir das jetzt mit louis und ferrari so ein bisschen tot geredet haben es gibt trotzdem einen spannenden transfermarkt nächstes jahr das muss man schon sagen das auf jeden fall ich glaube da werden noch viele videos und viele news auf unserer webseite haben das wird auf jeden fall noch aufregend schreibt uns doch jetzt einfach mal was glaubt ihr wer könnte wo landen welche fahrer würdet ihr verpflichten wie seht ihr die teams 2021 aufgestellt schreibt das einfach mal eure liste für die zehn teams vielleicht wünscht vielleicht wünscht ihr auch irgendein fahrer aus dem mittelfeld dass der mal die mercedes stadt botters bekommt oder so dann schauen wir uns das an vielleicht machen wir dann einfach mal ein video darüber jeder von uns macht so seine traumfahrung und dann vergleichen wir mit euren fahrungen das ist glaube ich finde sowas immer spannend das könnte auf jeden fall noch mal eine halbe stunde gut füllen oder gar länger so wie wir uns immer gerne quatschen früher mal vom 1 manager gespielt am computer so deswegen auf sowas steht man jetzt macht man das in den höchste kommentar so jetzt haben wir lange über louis und mercedes und ferrari gesprochen gehen wir weiter zur nächsten frage die kommt von per seus 854 die fahrer bitten am funk oft nach mehr leistung geht es dann nur um die um eine erlaubnis vom team oder kann die box etwas freischalten was es eine erlaubnis sein sollte wieso scheren sich die fahrer da um die freigabe wenn sie doch oft genug gegen team anweisungen handeln falls es eine boxenfreigabe ist wieso bestrafen die nicht mal ungehorsame fahrer mit leistungsminus das sind etliche bestandteile dieser frage gehen wir mal einfach mal drei nach durch punkt eins war ob die ob das team das freischalten genau ob sie es freischalten müssen oder ob der fahrer ist einfach selbst also der fahrer macht alles selbst weil telemetrie vom von der box ans auto gab es früher mal ich weiß nicht wann es verboten war es muss irgendwo mitte der 2000er 2567 es gab diese bidirektionale telemetrie wo hin und her gehen durfte es wurde dann aber im rahmen vieler regeländerungen verboten er ist auch wie sagt über über ein jahrzehnt glaube ich ja genau wie gesagt also das wurde dem wurde damals regel vorgeschoben weil wir wussten dass sonst vom team her am auto dann rumgepuscht wird bis zum geht nicht mehr deswegen das geht nicht also das team kann da nichts machen der fahrer versteht alles selbst aber wie wir wissen die fahrer die müssen sich die anweisungen ja auch holen was sie jetzt welchen schalter sie wie machen müssen also ich glaube die wenigsten werden wissen wie sie jetzt am besten in dem moment überhaupt in den modus kommen den jetzt vielleicht dann haben wollen wenn jetzt einer sagt ich will mehr leistung der musste verschiedene sachen berücksichtigen in dem moment und nicht nur einen schalter drücken oder so kein turbo boost button also es sind ja mehrere konfigurationen die man teilweise auch machen muss und das lassen sich ja von den ingenieuren dann auch immer genau ansagen dann kommen straten mod 5 oder sonst irgendwas und das sind drehschalter an dem ding dass die knöpfe an dem ding wie gesagt man muss dann mehrere sachen teilweise auch machen und ich meine natürlich der ein oder andere der ist sicherlich so vertraut damit dass er es auch selber könnte aber du trägst natürlich auch eine verantwortung ich sage mal wenn du jetzt noch mal zu viel leistung fährst wenn ihr der sprit ausgeht das gibt erst mal ein riesen drama ja wenn du dann halt quasi das durch sagen also wenn du nach mehr leistung leistung fragt ist das ja meistens weil die gegen irgendwen kämpfen willst so und wenn du dann halt da das ganze rennen damit kaputt machst oder vielleicht sogar den motor riskiert oder so also es ist ja auch wie soll ich sagen das hat ja dann noch das aktuelle betroffen sondern auch die zukünftigen rennen das hat der rattenschwanz dran so und so eine befehlsverweigerung das kann ganz schön krachen also das ist der letzte und einfachste punkt glaube ich bei dem ganzen sonst sind wir schnell bei der red bull geschichte wo man sieht wenn ein fahrer keine leistung bringt ist er weg wenn ein fahrer einfach hier die dinge verstellt entgegen der anweisung des teams dann ist er auch weg ich meine ich würde es mir auch wünschen manchmal leclerc in singapur als er hinter sepp herfahren musste und gefragt hat darf ich jetzt hier voll power geben und dann sagt das team lass es und er sagt nee ich mache aber auch nichts blödes so das ist natürlich cool und ich hätte mir auch gewünscht dass leclerc in dem moment einfach weil er auch so der typ dafür ist ja einfach selber am knöpfchen dreht und dann jetzt meint schmach das fände ich persönlich auch cool aber ich glaube die wissen alle ganz genau welche verantwortung sie tragen und leisten sich halt keinen blödsinn sie wissen nicht was in dem in der power unit los ist was genau noch an reserven da ist wie viele kilometer das ding jetzt genau hat wie lange muss es noch halten da sind so viele dinge zu berücksichtigen dass in der hitze des gefächs während du gerade hier mit 300 durch die gegen fährst und noch ein auto vor und zwei hinter dir hast das kann man da nicht einfach das ist so hoch dann noch so ein folgeschaden und hat wirklich noch was schlimmeres zu riskieren einfach als jetzt nur dass man ausholt ohne sprit oder dass jetzt in dem rennen irgendwas passiert und wenn man jetzt überlegt gerade bei den top teams wenn du das jetzt vielleicht in einem haas oder so machst wirst dann wird vielleicht untersteiner einfach mal wieder schön schön für ein paar monologe halten so die wir alle ganz cool finden aber wenn das bei einem top team machst so die reißen die glaube ich ganz schön den a auf wenn du dich gegen so ein toto oder bilotto oder so oder gegen redbull wenn du den irgendwie auf dem schlips trittst dann geht's ab ja also das wird nicht passieren und das ist ja auch ganz normal bei uns oder in jedem anderen job finde die anweisung vom chef bekommst dann solltest du dich da auch daran halten oder wenn du fragst kann ich das machen und die antwort heißt nein dann drehst du eben nicht einfach mal den schalter um ein punkt war noch mit dem leistungsminus genau das war der letzte teil wieso werden ungehorsame fahrer nicht bestraft mit einem leistungsminus der erste teil der antwort ist so viele ungehorsame fahrer gibt es nun mal nicht das heißt ich wüsste jetzt nicht wann das mal vorgekommen würden wir wahrscheinlich nicht mitbekommen aber ich glaube auch nicht dass das passiert ist und deswegen dass so oft der fall gewesen wäre und der zweite teil leistungsminus ist eigentlich nur fleisch schneiden ja das team versorgt sich ja damit selber und du bestrafst ja deinen fahrer nicht nur damit sondern auch dich selbst wenn der nicht mehr kämpfen kann kannst du auch gleich raus nehmen ja also von daher ist das eher keine option gut denke dann haben wir diese frage damit abgehakt und wir gehen weiter zur nächsten frage von hell jumper etwas das jetzt jedem wahrscheinlich überall gegen jahresende begegnen wird das jahrzehnt neigt sich dem ende und er fragt ein jahrzehnt f1 ist wieder vorüber was waren für euch die highlights was die lowlights dieses jahrzehnts ist jetzt ein bisschen für uns on the spot ein bisschen schwierig die frage sofort zu beantworten weil zehn jahre da ist viel passiert ja ich fange vielleicht mal kurz an weil ich habe zumindest ein paar punkte wobei ich hier schon über das jahrzehnt hinaus gestoßen bin jahrzehnt geht ja nur zurück bis 2010 vielleicht noch wenn wir zehn jahre in 2009 mitnehmen aber die monaco geschichte ist ein schöner moment ich habe auch einen schuhmacher moment ich habe das schuhmacher comeback wo man jetzt wieder sagen kann es war eigentlich ende 2009 verhält das jetzt noch ein oder nicht aber 2010 das jahr war mit dabei als dann war das erste freie training gefahren das weiß ich noch war ich nach der arbeit freitag im fitnessstuhl das lief auf jedem monitor und alle standen da vorne haben sich angeguckt wieder freie training rausgefahren ist und das ist etwas was heute eigentlich fehlt dass sich jeder für ein freies training der formel 1 die breite masse da draußen nicht euch hardcore fans die uns zuschauen und die wir hier arbeiten sondern die breite masse schaut sich an michael schumacher fährt wieder formel 1 das war schon richtig das ist über den tv und jeder hat es geguckt einfach für eine studie auf jedem monitor das weiß ich noch das ist schon was besonderes an so einen moment erinnert man sich was ich noch mit dabei habe ist ein rennen weil irgendwelche rennen bleiben immer hängen ich sage jetzt mal das was lewis hamilton immer sagt wenn er so etwas gefragt wird selbst wenn sie herumgeht sagt dein bestes rennen oder den schönsten moment aus dieser saison sagte ich erinnere mich nicht mehr daran weil ein rennen geht ins andere über ich weiß nicht mehr was war denn in silverstone los oder was war denn dieses jahr das beste rennen hat er jetzt in abu dhabi auch wieder geantwortet ich weiß gar nicht mehr so wirklich was das schönste rennen schönste moment war oder noch weiter zurück aus seiner karriere so geht es mir ein bisschen auch aber was mir trotzdem immer als erstes einkommen ich weiß nicht genau warum ist bach rein 2014 dieser kampf zwischen louis und nico möglicherweise weil wir damals nicht so viele geile rennen auch 2013 davor hatten wo zwei fahrer um die spitze um den sieg gekämpft haben hinten gab es vielleicht mal kämpfe aber wirklich um den sieg runden lang über längeren zeit rum so ein duell war nicht so wirklich gewohnt dieses jahr haben wir viele tolle rennen gesehen die wahrscheinlich auch besser als bei rein 2014 waren in den letzten jahren habe ich natürlich viele frische erinnerungen auf wo wir haben auch wirklich seit 2017 seit der regeländerung geilen sport gesehen muss man ja das ist was wo wir bei der nächsten frage auch noch dazu kommen werden wo vielleicht manche überraschung werden mit der antwort aber also bei rein 2014 aus irgendeinem grund habe ich das im kopf hat sich das eingebrannt ich erinnere mich eigentlich immer nur so an das heißt an rennen wo ein fahrer eine besonders geile performance gezeigt hat und ich fand montreal 2011 glaube ich als button gewonnen hat ja das war so ein geiles chaos und weil er hat auch vor allem am ende der jetzt auch sagen können ich meine er hatte einen richtigen schlechten sonntag gehabt und er war ja schon er hatte eine strafe und war irgendwie schon gefühlt dreimal draußen eigentlich dann hat er am ende da aufgeräumt hat ihn selbst in der letzten runde halt erlebt so und das war halt wirklich geil das war für mich auch das beste was von jensen button hier gesehen habe ich bin jetzt kein button fern oder so mich hat es einfach wirklich beeindruckt was er an dem tag gemacht hat ja bis zum schluss gekämpft hat bei so schwierigen bedingungen und das dann das war ein geiles final auch weil du wirst der kommt näher so der jetzt kommt die letzte runde und der ist fast dran das hat sich jetzt schön so aufgebaut das war cool spannend und 2018 monster fand ich auch extrem geil als hamilton reklam gejagt hat 45 runden lang ohne pause und dann am ende ihn erwischt hat also das waren so so rennen wo ich mich daran erinnere weil es einfach ja also wer einfach oder einfach dieses wenn es so diesen charakter hat von einem von dem rennen was halt keine pause hat wenn er nicht irgendwo verwaltet gemanagt wird oder so einfach nonstop gekämpft wird und ja das ist so die sache an die erinnere ich mich eigentlich immer gerne ja das waren denke ich gute rennen natürlich wollen wir von euch lesen was sind eure momente highlights der letzten zehn jahre dann an alonso mit zwei rädern in barcode von alonso gibt es viele highlights so fange ich jetzt gar nicht erst mit an genau ich habe auch als highlights noch einen anderen fahrer genommen kimmy ray können hat auch highlights gesetzt vielleicht nicht immer nur sportliche aber seine funksprüche waren highlights in diesen zehn jahren oder auch sein auftritt auf der viagala letztes jahr war sehr unterhaltsam zum beispiel zum beispiel also das sind auch highlights die so hängen bleiben aus diesen jahren lowlights oder solche dinge ja sind einfache geschichten die wirklich sehr sehr negativ waren in den letzten zehn jahren wie julius bianchi ich denke das wird allen so gehen auch im rahmen der formel 1 wie jetzt dieses jahr mit antoine hubert haben wir erlebt henry sertis solche geschichten der schumacher unfall der jetzt gar nichts mit rennsport zu tun hatte aber das ist ein lowlight der letzten zehn jahre das sind wirklich schlimme geschichten die auch wirklich schlimmer sind als das war ein langweiliges rennen mein gott ja podry carver langweilig dieses jahr aber es ist deswegen ein lowlight der letzten zehn jahre nein es gibt so viele langweilige 0 zu 0 fußballspiele jedes jahr und da gerät kein anderer nach aber das sind wirklich ganz schlechte momente wenn wir noch weiter zurückgehen was mir einfällt sind so dinge wie die ewigen briefwechsel zwischen pollster hat und max mosley wenn es um regeländerungen und die vier ging so sachen die einfach nur klagen die vor allen dingen uns klagen budget cap gelaber genau so das ist für für euch vielleicht nicht so schlimm aber für uns die wir das jeden tag im briefkasten und in pressekonferenzen und in medienrunden haben ist dann manchmal etwas nervig das sind so die lowlights die wir gehen sportlich gibt es sicherlich auch welche mir fällt das so ad hoc nichts ein vielleicht schlechte rompri wie zum beispiel indien oder so die hat einfach kein flair und kein vibe und gar nichts hat korea da gab es zumindest das geile hüttenweckern in das wir uns alle erinnern wo er sauber auf platz vier gefahren ist ja wo ein fettelwebber geschichte und solche geschichten ja genau also zumindest ach genau wo er abgeflogen ist und rostbilder mitgenommen hat also egal ja auf jeden fall da gab es zumindest so ein bisschen aber an indien das ist für mich echt so ein schwarzer fleck dieser rompri da ist für mich irgendwie auch nichts passiert unnötig ja was an diese frage anschließt wollen wir gleich noch zu den zehn jahren nehmen die frage von valid semmo wie würdet ihr sagen hat sich die formel 1 geändert die letzten 15 jahre sagt er jetzt wir nehmen 10 ist für euch besser oder schlechter geworden und das hast du eben schon kurz angeschnitten also ich denke wir sind uns einig es ist gut was wir hier geboten bekommen ja die letzten drei jahre fand ich super man muss sagen ich als hardcore traditionalist natürlich vermisse ich v10 und ich vermisse auch dass die autos 630 kilo wiegen weil ein form 1 auto das irgendwie vollgetankt 850 kilo wiegt das ist für mich ist das ja das ist verboten das ist auch die kritik aller fahrer louis hamilton sagt das jeder der so ein auto früher gefahren ist in der form 1 das sind ja die wenigsten das sind eigentlich nur selbst und er und chemie natürlich ja die wissen natürlich wie sich das dann anfühlt und irgendwo hat sich ja nicht alles in die richtige richtung entwickelt mit dem mit den sachen so wie gesagt sound ist für mich auch immer noch wichtig aber wenn man jetzt mal auf den sport schaut ja und auf die form 1 ist also als großes ganzes ist nie perfekt früher die form 1 auch nicht für grillen reifen waren auch ein blödsinn so es ist alles verklärt wenn wir sagen auch in den 90er machen ist super die rennen waren nicht alle spannend 2004 natürlich war der sound geil aber die grillen reifen waren blödsinn die hatten traktionskontrolle das sind alles sachen wo ich sage fahrerifen weg schön slicks sind besser also es fällt sich immer so die waage was ich halt schlimm fand war irgendwo optisch die autos von 2009 2016 wenn ich mir die heute anschaue schmalen autos da hat ja gar nichts gestimmt der heckflügel der frontflügel die waren verfolgen ist hinten hässlich also das war wirklich nichts und jetzt haben wir schöne autos ja das hat sich 2017 geändert gut der halo ist halt schön als fehler aber den haben wir jetzt so für mich gewöhnt sich daran und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm gerade wenn man es noch ein bisschen schöner verpacken kann und einbaut in das design element des ganzen autos mich stört es nicht mehr also wie gesagt für mich bleibt es ein tram körper so aber es war halt früher der drehen reifen war für mich auch im körper ja ein rennwagen für mich slicks habe ich als kind schon verstanden und dann auf einmal machen wieder schnitzen sie ein profil da rein das hat für mich auch keinen sinn ergeben aber trotzdem folgst du dich damit an und es ist dann halt so genau aber der sport die letzten drei jahre war toll ich meine wir hatten eine phase wo pirelli diese ja diese völlig dämlichen reifen gemacht hat wie einfach wo du halt so eine performance so ein gap hattest dass einer sich eh nicht wehren konnte du konntest weder mit der herfahren weil der reifen sofort tot war und wenn du kurz gepusht hast war der auch so sofort tot wenn einer frischen reifen hatte konnte auch mal russia fahren hat trotzdem mercedes überholt und so geschichten also wollte diese besser als ein bisschen überspitzt aber die hat diese diese reifen hatten die wirklich nur für show und überholmann übersorgen sollten und der ist was noch nicht ganz ausgebrochen war da war die qualität des racing ist teilweise wirklich absolut unterirdisch so und das hat man 2017 gut in den griff bekommen dass die reifen halt mehr grip haben und man besser kämpfen kann also pirelli wird zwar oft kritisiert aber die haben auch das eine oder andere richtig gemacht und sie haben ja auch vorgaben bekommen was sie machen soll das sowieso und die autos sehen wie gesagt so gut aus wir haben schnelle autos wir haben auch qualitativ hochwertige zweikämpfe wir haben wenn wenn man sich jetzt mal das feld anguckt was talente angeht vom 1 war glaube ich noch nie so gut wenn man sich das jetzt mal anschaut wir haben diese situation dass viele sagen also langweilig weil immer mercedes gewinnt aber das war schon immer so es hat immer mal ferrari gewonnen hat immer nur beklagen hat immer nur williams gewonnen das ist jetzt nichts neues das ist im sport in der formel 1 immer so gewesen ja und dieses jahr hatten wir drei teams die rennen gewinnen konnten wenn das nächstes jahr so weitergeht wie es ja in einem gleichbleibenden reglement oder weitestgehend gleichbleibenden reglement gerne der fall ist dann wird es noch enger und noch besser und und ja da werden wir schauen dass 2021 hoffentlich irgendwie halbwegs so gut ist und dass diese kniffe und diese regeländerung wirklich wirken weil sonst haben wir da vielleicht wieder irgendjemanden überlegen aber darüber wollen wir jetzt gar nicht erst nachdenken 2021 10 jahre zurück geht also genau 1 für mich heute an dem besseren punkt wo sie vor zehn jahren war das auf jeden fall richtig also rein sportlich was die autos angeht was das aussehen der autos angeht starkes fahrerfeld früher hatten wir noch pay driver ohne ende jetzt sagen wir okay ein lenz roll ist jetzt vielleicht nicht der ultimanjahre superfahrer oder Latifi den wir jetzt haben aber das sind zwei die noch übrig sind von dieser pay driver und die sind immer noch besser als das was teilweise vor 10 15 jahren da rumgefahren ist ja deswegen kann man jetzt lenz roll ist nicht umsonst formel 3-meister geworden also wie gesagt er fällt ja schon vom 1 mit das ist nicht so dass wir alle kandidaten für alex jong und taso mark ist und was weiß ich die die länger dabei sind die kennen noch ein paar mehr namen auch masacane und uero keine ahnung also gab es einige die waren immer die besten die waren immer die besten genau wenn dann irgendein anderes team das geld auch noch gebraucht hat durften die da vielleicht auch noch mal fahren aber ja wie gesagt das ist halt das war früher schon schon noch ein bisschen anders was was man da an qualität im feld hat und wenn man jetzt schaut selbst im mittelfeld wie gut die fahrer sind ja so perles und science und ricardo jetzt auch mittelfeld fahrer ist selbst was da an qualität umfährt das sind alles gompris sieger oder potenzielle gompris sieger ja das ist schon das ist schon sehr hohes level also das ist wirklich das sieht man auch auf der rennstrecke also wenn man jetzt mal die rennen anschaut die bank durch ob der zum mittelfeld oder vorne gekämpft wird es ist einfach geil also es ist man wirklich geilen sport auch dann zu sehen genau früher gab es nur kämpfen jetzt gibt es im mittelfeld und vorne und überall das ist schon schön anzusehen und ich hoffe ich habe dabei genauso viel spaß und wir hoffen dass es nächstes jahr 2020 auch genauso weitergeht dann hoffen wir dass ihr uns noch mehr fragen für die nächsten q & a's sendet es gibt natürlich auch nächstes jahr weiterhin q & a's hier und viele videos bis zum saison start haben wir noch ein bisschen zeit zu überbrücken danke an casio dass sie dieses video unterstützt haben danke an euch dass ihr dieses video angeschaut habt dass ihr uns fragen stellt dass ihr uns unterstützt dass ihr likes dass ihr die glocke aktiviert wenn ihr das abo den kanal abschließt natürlich vielleicht auch unser heft abonniert und euch dafür interessiert ja und dann freuen wir uns schon auf das bis nächste q & a's, und viele lustige videos oder? so siehts aus so siehts aus so siehts aus so siehts aus